Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Let's Play Borderlands 2 mit dem SeriouslyGamerLP und wir sind immer noch in einer langen Aufnahmesession also wir haben jetzt gute zwei Stunden aufgenommen und so langsam merkt man das auch an unserer Motivation motiviert bin ich immer also motiviert bin ich auch immer aber ich bin so langsam wenn man fies klappen muss zwei Tonnen dann naja dann ist man nach einer Zeit echt müde aber ich versuche mich zusammenzureißen und den Unterhaltungswert jetzt mal wieder zu steigern so, schockert den Geizhals alter ich bin abgelenkt gerade also von einer gewissen Dame von zwei Melonen oder was von zwei Wassermelonen ja aber kann ich verstehen welche Wassermelonen sind auch echt naja ach komm ein Spiel kann man sich mal gönnen Glücksspiel kann süchtig machen ein Sirenen-Skin das ist ja der Wahnsinn ich denke Glücksspiel kann süchtig machen wenn die Granate ist wenn die Granate kommt einfach Bescheid sagen ja ne Waffe die jetzt nicht wirklich gut ist auch schade ich wollte eigentlich Iridium haben aber äh ey Iridium ist voll geil wenn man das da raus sieht Iridium ist richtig gut wird da teilweise ist ja richtig viel Iridium ne oh ja auch scheiße ich hab's gehört ach komm das Spiel mach ich jetzt noch wie gesagt Glücksspiel kann süchtig machen ja keine haben ab 18 fahna komm das ist das letzte Spiel jetzt vor allem alle die dieses Spiel spielen sollten auch 18 sein ja und dann Lotto spielen dürfen ja nää komm jetzt hab ich nichts bekommen jetzt muss ich noch einmal einmal ja komm das wird jetzt das letzte mal dass ich spiele das ist das ist einfach mal als Glücksspiel oh ich hab Goldgeld so viel Geld bekommen na 107 ich hab so viel Geld bekommen um einmal wieder spielen zu können also hey und einen Dollar Gewinn machen wow kacke wow die Waffen wenn man dreimal Kirsche hat sind auch nicht so die wahre Kirsche ne äh ich weiß nicht das ist gut also Wegwerf Waffen mhm kannst du gut kannst du gut wieder zu Geld machen ja ja oh schade ich dachte jetzt kommt irgendwas egal ich bin dann mal Waffen verkaufen und weitere Nebenmissionen annehmen ja so viele sind hier ja nicht mehr ich nehm gleich die Nebenmissionen hier bei Mozi an Mozi so ne bei mal gemacht ja ja naja ja es ist ein bisschen es ist ein bisschen scheiße weil da wird einem alles erklärt was man schon so weiß ja 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 das Jack Fan ein Karsatetreffer mit einer Schottwaffe ja schön das schockt wie gesagt das schockt die Leute halt ne ja genau ich ich habe meinen Flachwitz geliebt ich hab ihn so gefeiert oh ich muss Sachen verkaufen aber komischerweise gibt es bei Markus äh meistens eh nur normale Waffen zu kaufen ne ja ja bei Markus Lund das ist irgendwie voll komisch er sagt der er merkt immer dass von den Slack Waffen aus Slack ist etwas kompliziert äh Slack ist kompliziert äh es ist eigentlich relativ einfach es macht viel Schaden ist gut und ist illegal in den Vereinigten Staaten was keine Ahnung Lass uns jetzt über die Bezahlung reden über welche Bezahlung was ich werde bezahlt für meine toll ja du kriegst doch irgendeine Waffe nein du kriegst keine Waffe du kriegst nur EP oh na das reicht auch bin ich auch mit zufrieden ja allerdings nur so okay ist auch keine wirklich äh weil das ist eine Situation wo man sagt ja das ist irgendwie viel auch viel wert naja komm ich will einmal Iridium kriegen ich spiel jetzt bis ich einmal Iridium hab viel Spaß es dauert es dauert ne Weile ja ich kann ja beide Automaten nutzen ich bin immer noch kein Klassenmutter bereit super aber ich hab ein besseres Schild bekommen weee ja das hat jetzt das hat zwölf mehr Ladung mit 26 mehr Ladegeschwindigkeit äh und äh 2,43 Sekunden Ladeverzögerung oh das hat sich um das hat sich alles verbessert ja das ist eigentlich gut ich hab viermal jetzt das Angebot zu tagesstil genutzt hm das nutzt es sehr selten weil meistens sind die Teile ja dann doch nicht so gut ja da dies das da dies ich werde wahrscheinlich später irgendwann bei Folge keine Ahnung was oder 200 bei Level 48 ungefähr ja 48 ist das glaube ich da hab ich einen Macromancer äh äh krassen Mod hm ne schon wieder verkaufen ja ok jetzt wenn ich jetzt nochmal verkaufen muss dann äh mach ich nicht weißt du warum hm ich hab plus 4.236 Schild Kapazität bei diesem Mod ok und plus 31% Schild Ladegeschwindigkeit oh ja dabei 5 plus 5 stark wie 5 Gorilla Skill hm und plus 4 höhere Mathematik Skill nett ja das ist ne sehr nette Waffe ähm wo braucht man einmal 10 länger wovon eigentlich ziemlich stolz sein kann hm naja ist ein blauer Schlafenwurt und hätte gegen Chextoppen gekämpft aber das ist jetzt 4 Kinder und der ich hab gerade die 137.000 Steine gefunden ja gibt es nicht auch nein das ist so ein das ist so ein das ist so eine Mission wo du äh wo er halt sowas viel zu viel labert und so weiter und wo dann einfach links daneben das Versteck ist naja wo du halt Sachen von anderen Accounts transferieren kannst ja ja ey wie wofür wissen will ich das gerade getont habe transferieren 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 ah ich mach mal kurz die Mission welche Mission welche Mission äh mit den äh das Namensspielchen also ich nehm sie nur an so ach ach die schönen Namen sind so kreativ naja ja das hab ich schon gehört sooo ich komm dabei wieder zu dir wir waren jetzt 8 Minuten getrennt nein länger mit der letzten Folge ich verhungere ich will eure Babys fressen tja das piekst jetzt ein bisschen Aua ähm also wenn ich so behandelt werde im Krankenhaus ähm fühle ich mich echt äh unwohl also im Wienbrücker Krankenhaus ist das immer so hab ich das Gefühl ja da da tu ich dir auch wirklich zu deswegen geh ich auch nach Lippstadt immer mit dem Krankenhaus ja das ist echt äh äh ich komm nicht durch da ist so ne Dicke hier was hier ist ne Dicke hier komm ich nicht durch ey so fett bin ich nicht und man sagt es zu einer Frau nicht also ja ok sie ist schwanger ich habe einen hey geht doch nicht er ist außerdem mach du das mal ich soll ihm weich Eingriff helfen ja genau ganz vorsichtig musst du sein ganz vorsichtig wie dass du die Herzarterie triffst ja ja oi die Kasten oh hier ist Geld drin 3 warte ich mach die warte ich mach die ja ich ich führe die Opoyer unten unten durch ja das ist immer gut oh äh ja oft soll ich es euch Idioten noch sagen man kriegt keine Schleckkräfte wenn man dieses Zeug schluckt warum nicht das ist voll cool dieses Bruchstück ist auf dem Schatzmarkt nicht wert es ist noch nicht veredelt vielleicht kannst du es zu dieser Tennis am anderen Ende der Stadt bringen sie kann dir viel über dieses Iridium Zeug erzählen wenn sie sich wegen ihres tollen echten Doktor Titels nicht mal wieder zu fein dazu ist und wenn du arbeitest ich hab welche wir sollen zu Tennis gehen bedenke das ist eine Stadt da kennen das ist ein kleines Dorf ein kleines Kap da müsste man sich doch eigentlich jeder kennen ja das heißt ja nicht dass man sich jeder jenen mag naja diese Tennis also im Prinzip ist ja Z auf der gleichen Seite mit Tennis ja weil sie sind in Crimson Raider so ich muss gerade Klingelpause also ich meine weil diese Aufnahme Session geht schon sehr lange naja ich kann in der Zwischenzeit wieder meine Monologe über Taschentücher führen ja und ich stehe ab keiner gegen ja äh ich will nichts mit dem Ding machen du hast klappt habsgeheim Verstecker von ja super das freut mich wie nichts drittes ich suche dann in der Stadt mal nach ähm ähm nach Erektion ach da ist ein Kasten ein Kasten mit Munizion naja naja die ist jetzt nicht so genial was haben wir hier hier haben wir nix war ich gerade eben ach du scheiße du bist das ja ich bin das klopf du mal weiter gegen den Knopp da kommt niemand raus habe ich volle Money ich weiß nicht ob ich volle Money habe ich kaufe mir lieber das ist ja mal der Hammer das freut mich wie nix anderes hallo klappt gib mir die Flosse sorry was hast du dir verdient äh abgeklatscht wohoo ja ich habe gerade überlegt was man machen muss ich wusste dass das ein Achievement auf Steam gibt Steam Achievement Achieved das klingt nicht so richtig ne Achievement Achieved ich kenne nur Master Chief aus Halo aber das ist ja eher von Beyonce ich sehe oh ein Penner hauen wir ihn ähm oh noch einer hauen wir ihn ja wir sind hier zwei Leute jetzt kein Marshall Friedman ich würde sagen wir stürmen rein und finden den verdammten Beweis das ist richtig das könnten wir machen aber ich weiß nicht ob das so die netteste Vorgehensweise ist oh da war eine Waffe oh hier ist ein Echolok dies ist eine Nachricht für alle verbliebenen Crimson Lands auf Pandora General Knox ist tot und wie ich die Lands kenne werden die euch kalt lächelnd abschreiben und hier zurücklassen anstatt ein Schiff zu schicken das euch abholt wenn ihr nicht verhungern wollt habt ihr zwei Optionen erstens ihr werdet Banditen zweitens ihr helft mir dabei die Menschen von Sanctuary zu beschützen ich biete euch Nahrung, Unterkunft und die Chance für etwas Vernünftiges etwas Bedeutendes zu kämpfen eine Chance die die Atlas Corporation euch nie gab Roland Ende ja ist nett stimmt aber nicht songläufig wissen wir zumindest nicht und ich will hier irgendwann insgesamt 10.000 geben du bist total gut ich weiß das weiß ich doch noch aus unserer letzten Erfahrung aus dem Bett also da wo wir die Matratze bezogen haben mit da neben mit dem Spannbeton natürlich was denkt ihr denn so da ist noch eine Kiste da auch eine Kiste Zyste Zaun wir mal joggen Hallöchen Böchen ja ach das wollte ich nicht das war die falsche Taste Hallo herzlich willkommen zurück Hallöchen live aus dem Sendestudio in Köln genau wir wohnen auch so nah an Köln ja es ist sehr ich wollte gerade sagen da hat es irgendwo aber es sind die Hyperion Angriffe auf Sanctuary ja einfach so boom 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 die waren in der Zwischenzeit aber noch gar nicht hey? das ist ja nur das erste Mal wieder ja das war du kommst und das passiert ja das ist äh ich bin halt so ein Magnet für Angriffe gegen andere Leute oder auf uns oder so ich bin halt so ein Magnet für hier ist der Feind hier so sprich mit Tennis meinste den wollte ich mir jetzt extra aufheben bis du wieder da bist meinste Tennis war schon mal beim Tennis spielen haha oh god das ist ne solche Sparwitze ey hm also ich geh gerne mit Tennis zum Tennis Training ja echt gut im Tennis Doktor Patricia Tennis wie ich schon sagte Ron jetzt wo Jack den Kammerschlüssel hat wird er die Kammer bald öffnen außerdem brauche ich einen neuen Ventilator das Labor stinkt nach Speck und Speck ist nur was für Schleimer und Inzuchtbrot Tennis war schon mal beim Tennis insane Äh 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 ist doch die Abkürzung für love you ja ich meine schon hier ich dachte das müsste doch eher l y sein weil jw nicht mit tut mir leid ich habe äh ich geh mir mal ganz schön es ist spät in der nacht ja da muss man kein englisch können ok man muss auch tagsüber kein englisch können also ich persönlich kann englisch eigentlich sehr gut you can you can spoken englisch very good okay setz mich freuen ich wollte nämlich den rucksack ja ja rede ich mal lieber mit der tennisspielerin hat so gewisse vorteile mir gerade angeboten mir zu schlafen ich befürchte ja ich habe nichts gegen lesben geben wir es an sowohl wenn man es als spielfigur persönlich nehmen dann ist es lesbisch wenigstens als wenn ich für mich persönlich lebe dann sehe ich als hetero naja magst du gerne jump in run spiele ich ja eigentlich schon dann darfst du jetzt mit mir war dieses dächer sanctuaries ach du meine güter ich spiel das sonst immer nur wenn schon wie heißen das rayman ich bin gescheitert rayman ist richtig gut frag mich wer warum es so viele hater gibt bei rayman weil das für die meisten leute für die meisten call of duty kiddies das ist nicht spannend genug ist du brauchst einfach nur hoch springen das geht nicht ne geht nicht hoch springen und dann dann stehst du auf der zwischenebene und dann springst du einfach hoch warte mal warte komm ich zeig dir komm zu dir ah warte ach so hast du jetzt raus oder was ja jetzt habe ich sitzen bekommen danke jetzt auch ein bisschen eher okay ich und geduld ich habe keine geduld sowas besitze ich nicht sowas besitze ich nie und sowas werde ich auch nie besitzen ist zu teuer kleines geld ne ja dann musst du an der minute springen ja dann hier rüber ach du meine güte hier ist ein boyerlands zeichen ach quatsch doll doll lass eins schon mal so ah die sind nicht alle in der stadt ne doch sind sie doch alle hier überall hier warte keine ahnung auf jeden fall alle auf den dächern irgendwo verteilt soweit ich es weiß dann nicht alle okay warte komm ich komm einfach zu folgern ich folge mir einfach unauffällig ja ja das sieht niemand äh du bist da unten ist das richtig ja wollt nochmal auch irgendwann mal doch äh nochmal alle ja mit einer herausforderung das kann man so als lückenfüller kann man das theoretisch irgendwann mal machen wenn man wirklich ey ich glaub wir sollten erstmal langsam die quests machen wir sind hier 20 minuten in der folge und es ist noch nicht wirklich nicht wirklich was passiert ist weißt du was ein kugel ein schussloch hinterlässt ohne dass eine kugel im spiel wäre also ich nicht also ich nicht aus der Horns kriege ich merkwürdige wunden zu gesicht du musst da hin und rausfinden was für eine waffe die verursacht sie gehört einem alten rivalen von mir doch was doch mercy lass dich nicht von dem namen täuschen im gegensatz zu mir verursacht er lieber wunden statt sie zu flicken im gegensatz zu mir hat er auch eine approbation das ist eine approbation dass man arzt werden darf ach so okay wir gehen wir machen wir die mission oder machen wir erst eine andere ja dass man arzt werden darf dann braucht man dafür so spezielle attests ja halt ne medizinstudium und dann die anschließende approbation ja das ist so eine art prüfung kann man sagen ja so sollen wir die mission jetzt machen oder eine andere auswählen von unseren vielen ich habe vier stück hier offen vier stück da wäre erstmal assassine wenn wir den assassinen sind dann sind wir sowieso im prinzip oder also wenn wir bei den assassinen sind dann sind wir auch bei dr. mercy das sind das kann theoretischen ein ja 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 mein borderlands hat sich gerade schön kurz verabschiedet was nein ich hab aaaaah ja mein laptop ist ein bisschen unterkühlt ja hihihi freehorns Davidite das namensspielchen das hat mehrere gründe und ehm ja auch ein firehawk dass es haupt quest machen wir erst nicht ja dann würde ich mal sagen ab erstmal zu freehorns hast du eine pistole aufzutrieben könnte könnte man auch ich glaube auch wir machen die erst machen wir erst das namensspielchen würde ich sagen ja wenn die nicht so allzu schwierig sind na ja wenn man ja das ganze spiel durchspielen und nicht so bestimmte bestandteile nur ja auch bestandteile nur ne? ja dann frouppi essen, kümelmonster on the way so ich möchte meinen wagen in meiner schönen farbe haben so ich bin dann schon mal unterwegs ne? jo ich geh jetzt mal einen kubi noch na klasse auja ja ha 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 naaa nicht wieder serverrocks bäh geht doch ist hier noch mehr kacke nackt ist er wow äh ach ich sollte vielleicht auch mal aussteigen und das aufsammeln ja hallo was tust du da mein freundi geld 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 ich mag geld äh lol ich lade mal gerade kurz nach so und jetzt folge ich dir ich folge dir bis ins grab so so bam bam so jetzt wird geballert den mongoliten auch als bullimong ich glaube ja ich hoffe es zumindest nur noch so viele ne? hm na klasse okay die gänger sind schlimm besonders wenn das die kotzenden teile sind hier ist doch irgendwas so so was ist denn hier frags um äh 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 ne 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 diesmal nicht ach mein das ist ein super schnelle sniper ich habe eine herausforderung geschafft und mein lmg von dir danke nochmal mal alter diese wacht von der e-tech mhm aber musste ich mit ne äh ich dachte man kann ja auch einfach mit ne oh hier ist ein loch hier ist ne pistole wenn du willst oh ja das ist gut weil da können wir die nämlich für diese eine andere mission nutzen ja aber 29 schaden was willst du damit weisen ja nur den letzten schuss ne wenn du es schaffst ja wenn wenn der death trap und der wenn der death trap und ähm dein geschütz äh nicht äh untergehen in der hinsicht ach das 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 kriegen wir schon hin glaube ich mit absprache und kommunikation ja obwohl aber wenn mein death trap macht ja auch ähm tons of damage ja das ist dann wohl nicht so gerade der überlebt auch ein paar minuten aber weißt du es scheint bully monks benutzen diese Haufen um ihren unratlos zu werden das legt eine primatenartige intelligenz nahe das ist es ich nenne sie primatista ich bespreche das mit meinem verleger jag du in der zwischenzeit ein paar prima piste mit granaten hoch ja weil es irgendwie der neue name für die funktioniert granaten oh nein danke hättest mich einfach hättest mich einfach äh hättest mich einfach diese granate werfen können und dann hätt einfach das war so fail weißt du was wir jetzt machen müssen ein cut wir müssen einen cut machen dann macht cut dann zerschneidet das ich zerschneide die folge mit der schere ja genau und dann bis zum nächsten mal und tschüss Sikowski